Herzlich Willkommen bei DOS Utopädie und Unfallchirurgie. Mein Name ist Banerjöckes Karachandios. Ich bin Facharzt für Utopädie und Unfallchirurgie und unter anderem auf die Eigenbluttherapie spezialisiert. Sie haben Probleme an Ihren Knien, Hüften oder Schultern? Leiden Sie an einer Schleimbeutelentzündung, Muskelfaserrissen, Sehnenverletzungen, einem Tennisellenbogen oder einem Pferdensport? Ob Sportverletzung oder chronische Reizung, die Eigenbluttherapie kann Ihnen bei vielen Problemen Ihres Bewegungsapparates helfen. Geschädigtes Gewebe kann erfolgreich behandelt werden. Auch bei Arthrose findet diese Therapieform vielfach Anwendung. Sie möchten wissen, was die Eigenbluttherapie ist? Bei der Eigenbluttherapie und dem Teilbereich PAP, der für Plattered Riched Plasma steht, wird Ihr eigenes Blut zum Heilen Ihrer Beschwerden eingesetzt. Diese Therapieform macht sich die körpereigenen heilenden Inhaltsstoffe Ihres Blutes zu nutzen. Dazu wird Ihnen eine geringe Menge Ihres eigenen Blutes entnommen, von uns in unseren Praxen aufbereitet und im Anschluss an die betroffene Stelle Ihres Körpers injiziert. Das PAP-Verfahren wird für Sie mit ca. einer halben Stunde Aufenthalt in unseren Praxen verbunden sein und in etwa dreimal im Abstand von 5 bis 7 Tagen wiederholt erfolgen. Was sind die Vorteile der Eigenbluttherapie für Sie als Patient? Die Eigenbluttherapie ist ein anerkanntes Verfahren, das unter anderem alternativ zu Operationen angewendet werden kann. Häufig können wir für unsere Patienten auf diesem Wege umfangreiche Operationen vermeiden. Die Behandlung ist auch eine sehr gute alternative Lösung zu Injektionen mit künstlichen Inhaltsstoffen, wie z.B. Kortison. Wir verzichten dabei auf den Einsatz von chemischen Medikamenten und vermeiden auf diesem Wege Nebenwirkungen. Dank der sehr heilenden Potenz des Serums aus Eigenblut können Gewebeschädigungen schnell zur Ausheilung gebracht werden. Die Behandlung kann auch Schmerzen rasch reduzieren. Auch bei Wundheilungsstörungen und chronischen Wunden kann die Behandlung schnell für Linderung sorgen. Möchten Sie mehr über die Eigenbluttherapie erfahren? In unseren Praxen für Orthopädie und Unfallchirurgie in Düsseldorf und Umgebung werden Sie auf erfahrene Fachärzte treffen, die unter anderem auf der Eigenbluttherapie spezialisiert sind. Besuchen Sie gerne unsere Webseite und vereinbaren Sie direkt einen Termin für ein Beratungsgespräch. Ich freue mich auf Sie. Ihr Pane Götzke Nachanlös.